Das ist die wohl kreativste Bierwerbung, die ich je gesehen habe. Star Wars und Bierfans aufgepasst, die chilenische Biermarke Cerveza Cristal hat 2003 einfach mal ganz gezielt Werbung in die Ausstrahlung der Original-Star-Wars-Trilogie gepackt. Nicht als Overlay, nein, sondern als zusätzlichen Clip und so, als wäre er Teil des Films. Aber seht selbst. I have something here for you. Und das ist kein Fake. Die Agentur hat dafür 2004 sogar einen Award auf dem Cannes International Advertising Festival gewonnen. Das ist doch wirklich genial.